Wer viel am Bildschirm arbeitet, kennt es sicher. Die Augen werden müde, der beschränkte Blick auf kurze Distanz strengt an. Nicht nur die Hals- und Rückenmuskulatur braucht ab und an eine Entlastung, auch die Augenmuskulatur. Ich zeige dir heute eine der beliebtesten Augenübungen, das Palmieren. Mit Palmen hat es aber nichts zu tun, auch wenn du dabei gerne an Urlaub denken darfst. Palmieren kannst du überall, am Arbeitsplatz oder im Homeoffice nach langer Bildschirmtätigkeit. Wenn du stehst, dann setze dich auf einen Stuhl und stütze deine Ellbogen auf den Tisch. Reibe die Hände aneinander, damit sie warm werden. Forme die Hände zu Schalen und lege die Handflächen auf die Augen, ohne dass du Druck auf die Augäpfel ausübst. Schließe die Augen, so dass kein Licht mehr hereinkommt und halte diese Position 30 Sekunden bis zwei Minuten. Konzentrier dich dabei auf die Atmung. Atme über die Nase tief ein und über die leicht geöffneten Lippen aus. Löse dann die Handflächen von den Augen, richte dich auf, lass die Augen zunächst geschlossen und öffne sie langsam und genieße das angenehme Gefühl der Entspannung. Diese Übung entlastet deine Augen, damit die sich regenerieren können. Es fördert deine Konzentration und entspannt den gesamten Körper, denn der Gemütszustand steht in direkter Verbindung mit deinen Augen. Es gibt noch viele weitere tolle Entspannungsübungen. Komm doch einfach mal bei uns im Gesundheitszentrum am Südbahnhof in Heilbronn vorbei. Wir haben zahlreiche weitere Kurse für deine Gesundheit, für AOK-Versicherte sogar zweimal im Jahr kostenfrei. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich über einen Like. Wenn du Fragen hast, schreib gern in die Kommentare und wenn du mehr über unsere Videoserie erfahren möchtest, dann klick hier oben. Bis zum nächsten Mal, deine Nina Landwehr. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.